Also wir konnten heute um 11 Uhr der Präsidentin des Brandenburger Landtags, Frau Stark, 129.464 Unterschriften der Volksinitiative Kreisgebietsreform stoppen, übergeben. Das ist innerhalb von 100 Tagen, wo diese Unterschriften eingesammelt worden sind, ein fantastisches Ergebnis. Es gab auch Jubel von den Initiatoren, natürlich auch von uns Oberbürgermeistern, von Bürgermeistern aus der Region. Und wir sind sehr, sehr zufrieden mit diesem Ergebnis. Wie geht es weiter? Was sagt uns jetzt die Zeitschiene? Die Zeitschiene besagt, dass jetzt der Landeswahlleiter prüfen muss, ob die Volksinitiative als solches wirksam in den Lauf gekommen ist. Das heißt, 20.000 Unterschriften müssen regelrecht sein. Davon gehen wir aus, das ist damit erfüllt. Und dann wird diese Sache dem Landtag übergeben und der Landesregierung. Und dann wird im parlamentarischen Verfahren über das weitere Vorgehen entschieden. Dafür hat auch der Landtag circa vier Monate Zeit. Denken Sie, dass die Regierung jetzt etwas in Schwanken gekommen ist, sozusagen bei dieser Reaktion der Bevölkerung? Also diese Sammlung der Unterschriften zieht ja auf zwei Sachen. Einmal, ganz konkret, keiner der Initiatoren sagt, dass wir uns gegen Verwaltungsreform wehren oder diese für unnötig halten. Brandenburg soll modern bleiben. Brandenburg soll weiter eine bürgernahe, effiziente Verwaltung haben. Aber, und das ist der zweite Punkt, nicht mit dieser Art dieser Reform. Und hier ist nun Landesregierung und insbesondere Regierungsparteien aufgefordert, deutlich nachzubessern. Ansonsten wird es dann sicherlich zur zweiten Stufe kommen, wo die Brandenburger aufgefordert werden, 80.000 Unterschriften, allerdings natürlich dann in den vorgesehenen Einschreibungslokalen zu leisten. Wie wollen Sie sozusagen die Bürger dann motivieren, das auch zu tun? Das wird natürlich der Verein federführend fortführen. So ist ja auch der Verein aufgestellt worden. Dazu werden wir uns in den nächsten Tagen und Wochen zusammensetzen. Natürlich werden wir auch nochmal die Reaktion der Landesregierung, des Landtages abwarten müssen. Aber von einem können wir ausgehen. Sollte der Landtag nicht maßgebliche Änderungen einführen, wird es die Stufe 2 gehen. Ich glaube, da sind sich alle Initiatoren des Vereins einig. Ihr Gefühl für den heutigen Tag, mal ein paar Emotionen jetzt? Am Valentinstag macht man sich Geschenke. Es ist ein schönes Geschenk, was die Brandenburger auch den Cottbus angegeben haben. Vielen Dank. Noch eine kurze Frage. Wie sieht denn die Stimmverteilung aus in Bezug auf die knapp 130.000 Unterschriften? Also landesweit wurden diese Stimmen eingesammelt. Wir hier in Cottbus, also die Initiatoren, die hier vor Ort tätig sind, insbesondere CDU, FDP und AUB, wir gehen von mindestens 13.000 Stimmen aus, die über unsere Büros gelaufen sind, ungeachtet der vielen Listen, die möglicherweise auch direkt nach Teltow, dem Sitz des Bürgervereins, zugeschickt worden sind. Und so scheint sich das im gesamten Land abgebildet zu haben. Kurz noch eine andere Nachfrage. Man kennt ja Ihre Anliegen, sage ich mal, Ihre Probleme mit der Reform aus politischer Sicht. Konnten Sie vielleicht auch so ein kleines Stimmungsbild der Leute, sage ich mal, von der Basis dann holen, was da so die Sorgen und Probleme sind? Also immer wieder ist nicht deutlich, warum diese Reformen gemacht werden müssen. Und das ist ja auch der Punkt. Man spricht von einer Reform, die 2030 wirken soll und stellt Behauptungen auf, von der Überschuldung auch der Stadt Cottbus hingebracht bis dahin, dass wir nicht zukunftsfest sind. Aber ehe man an Grenzen herangeht, sollte man alle anderen Möglichkeiten ausschöpfen. Und das ist ja auch die Hauptkritik immer von mir gewesen. Was ist die Frage der Digitalisierung des E-Governments? Wie können wir weiter bürgernahe Verwaltung erhalten und gestalten? Und auch das kommunale Ehrenamt, das wird immer unterschätzt. Also Kreistagsabgeordnete in den großen Flächenkreisen wie Elbe-Elster oder Spreeneiße haben jetzt schon weite Wege vor sich. Wie soll das zukünftig sein? Bis einschließlich dessen, dass so eine große Stadt wie die Stadt Cottbus immerhin mit deutlichem Abstand die zweitgrößte Stadt des Landes Brandenburg eingekreist werden soll. Wo es bis heute aus meiner Sicht keine nachvollziehbare Begründung da gibt.